Hallo zusammen! Ich hatte letzte Woche sehr viel Spaß in der Stadtbibliothek. Ich habe zum ersten Mal so richtig mit Sinn und Verstand und vor allem mit Ruhe durch das Lyrikregal dort gestöbert und habe sehr, sehr viel gefunden, was ich mit nach Hause nehmen wollte. Tatsächlich habe ich so einen riesigen Stapel zur Ausleithee geschleppt nachher, dass es mir fast schon peinlich war. Aber es gab einfach so viel, was ich mitnehmen wollte. Und ich bin noch nicht mal bis zu den übersetzten Gedichten gekommen. Ich war nur im deutschsprachigen Bereich. Aber ich habe beschlossen, ich lasse euch an meiner Freude teilhaben und zeige euch einfach mal, was für Gedichtbände ich dort ausgeliehen habe. Und ich habe außerdem letzte Woche ein Gedichtband gekauft und ein Lyrikmagazin gekauft. Und die stelle ich euch am Ende des Videos auch vor, wenn ihr mögt. In der Vergangenheit habe ich ja vor allem sehr viel moderne Lyrik gelesen. Aber diesmal sind auch ein paar ältere Vertreter dabei. Das heißt, ein paar ältere Lyrikwerke von bereits verstorbenen Lyrikern. Eine davon ist Sarah Kirsch mit Schneewärme. Da ist mir einfach der Titel ins Auge gefallen und hat mich sofort interessiert. Sträflicherweise kannte ich Sarah Kirsch vorher noch nicht. Eine Google-Suchanfrage hat mich aber darüber informiert, dass sie eine der bekanntesten deutschsprachigen Lyrikerinnen ist. Also freue ich mich sehr darauf, sie jetzt kennenzulernen. Günter Eichs Botschaften des Regens sehen schon ein bisschen aus, als hätten sie schon die eine oder andere Botschaft des Regens mitbekommen. So verwaschen wie hier der Titel ist. Es ist definitiv das älteste und abgegriffenste Buch, das ich jemals aus der Bibliothek ausgeliehen habe. Ich habe es tatsächlich mittlerweile schon gelesen und hatte sehr, sehr viel Freude hiermit. Ich habe ein paar Gedichte von Günter Eich im Vorfeld im Internet gelesen. Es gibt ein paar online, offen verfügbar und sie haben mir sehr gut gefallen und mein erster Eindruck hat mich nicht getrügt. Auch hiermit hatte ich sehr viel Spaß. Ich finde, Günter Eichs Gedichte sind so eine schöne Mischung aus, ich kann sie einfach lesen, ohne mir viel Gedanken drüber zu machen und trotzdem erzählen sie mir ein bisschen eine Geschichte und ich erkenne einen Sinn und ich habe eine Szene vor Augen. Und wenn ich möchte, kann ich aber noch viel mehr drüber nachdenken und dann erschließen sich mir noch ganz andere Bedeutungsebenen. Also es ist so eine schöne Mischung, weil manchmal lese ich Gedichte, wo ich denke, ich könnte stattdessen auch eine Kurzgeschichte lesen, so wie mir das da erzählt wird. Und dann wieder gibt es Gedichte, die sind so verworren, dass ich stundenlang drüber grübeln müsste, wenn ich überhaupt irgendwie verstehen wollte, was mir der Lyriker sagen will. Ja, und das hier ist eben schön, dass ich es einfach so runterlesen kann, aber wenn ich drüber nachdenke, dann fällt es mir auch leicht, noch mehr Dinge hinein zu interpretieren. Außerdem gab es so ein paar magische Aspekte. Ich erinnere mich zum Beispiel an ein Gedicht, wo es um eine Stadt ging unter dem Meer und um Gesprächsfetzen aus dieser Stadt, die mit den Wellen an den Strand getrieben wurden. Das fand ich irgendwie total schön und ich hätte irgendwie nicht erwartet, in Günther Eichs Gedichten so ein bisschen fantastische Motive zu finden. War daher umso glücklicher, sie zu finden, weil ich ja immer ein bisschen Magie habe gerne in meinen Büchern. Ich möchte auf jeden Fall noch mehr von Günther Eich lesen. Und dieser riesige Schinken hier ist eine kommentierte Gesamtausgabe von den Gedichten von Paul Celan. Von Paul Celan wurde auf dem Kanal Literaturlärm schon öfter geschwärmt, sodass ich neugierig auf ihn geworden bin. Das hier ist eine überarbeitete, kommentierte Gesamtausgabe. Es hat wohl schon mal eine gegeben, die aber nicht so umfassend war wie diese hier. Das liegt momentan an meinem Bett und ich lese jeden Abend so ein, zwei Gedichte. Die Kommentare geben nicht wirklich Interpretationshilfen, sondern sie ordnen die Gedichte eher so in den zeitlichen Rahmen ein, wann Paul Celan das geschrieben hat oder sie erklären Pflanzennamen oder Wörter oder so Verbindungen, die zu anderen literarischen Werken gezogen werden. Ich habe es am Anfang so gemacht, dass ich immer erst ein Gedicht und dann den Kommentar dazu gelesen habe. Mittlerweile stelle ich aber fest, dass mir der Kommentar nicht ganz so viel bringt zum Verständnis und ich bin dazu übergegangen, die Kommentare nicht immer zu lesen, sondern einfach nur die Gedichte, weil ich da irgendwie mehr Spaß dran habe. Überhaupt setze ich mir nicht das Ziel, diesen riesigen Schinken komplett zu lesen in der Ausleihfrist. Das gilt für alle Bücher, die ich hier zeige. Ich möchte einfach ein bisschen auch das nutzen, um einen Überblick zu kriegen, was es so gibt in der Lyrik und was mir gefällt und was nicht. Und ich setze mir nicht das Ziel, alles komplett gelesen haben zu müssen, bevor ich sie zurückbringe zur Bibliothek. Wenn ich irgendwie von einem Dichter genug habe oder mir etwas nicht gefällt, dann werde ich die Bücher nicht zu Ende lesen. Und hier lese ich einfach so viel, wie ich Spaß und Lust dran habe. Mit diesem Buch könnte man übrigens auch Gewichtheben machen. Dann kommen wir zu den moderneren Werken. Trackelpark von Mirko Bonet. Der Trackelpark ist wohl ein Park in Innsbruck, wo Mirko Bonet gerne hingeht und diese Gedichtssammlung versammelt sowohl neue Gedichte von ihm, als auch ältere, unveröffentlichte Gedichte aus den letzten Jahren. Es gab so ein sehr schönes Bild auf dem Umschlagtext, wo es hieß, Gedichte sind die grünen Lungen der Alltagssprache. Das fand ich sehr schön, denn man spricht ja davon, dass Parks die grünen Lungen von Städten sind, weil sie eben den Klimahaushalt ein bisschen regeln und die Luft reinhalten. Genauso wie Wälder die grünen Lungen des Planeten sind und Gedichte als grüne Lungen der Alltagssprache. Das fand ich ein sehr schönes Bild. Ich bin etwa zur Hälfte schon durch hiermit. Es gefällt mir ganz gut. Ich hatte, muss ich sagen, jetzt noch nicht so einen Wow-Effekt, wie ich das manchmal habe, wenn ich Gedichte lese. Ich könnte auf jeden Fall nie so etwas schreiben hier. Also ich habe sowieso Hochachtung vor allen Dichtern und Dichterinnen. Aber es ist bisher so okay für mich. Jan Wagner ist mir empfohlen worden, deswegen ich direkt zwei Bücher von ihm mitgenommen habe. Also zum einen Regentonnenvariationen und zum anderen Selbstporträt mit Bienenschwarm. Ausgewählte Gedichte 2001 bis 2015. Ich weiß nicht, ob ich jetzt vielleicht auch Doppelungen habe in den beiden Büchern. Wenn ja, ist auch nicht so schlimm. Auf jeden Fall wurde mir gesagt, dass Jan Wagner ein moderner Dichter ist, der aber noch relativ klassische Gedichte schreibt, die nicht ganz so wirr sind und ganz so sehr ihre Geheimnisse für sich behalten wollen und nicht verstanden werden wollen. Ich habe ja festgestellt, dass ich solche Gedichte nicht ganz so gerne mag. Also freue ich mich sehr darauf, Jan Wagners Gedichte kennenzulernen. Als nächstes habe ich von Ulla Hahn so offen die Welt mitgenommen. Leider bin ich auch hiermit schon fast durch. Vor Jahren habe ich mal Ulla Hahn's Gedichtband Widerworte gelesen und war absolut begeistert. Das war so ein bisschen auch der Startpunkt meiner Liebe zu Lyrik. Trotzdem habe ich nie wieder etwas anderes von ihr gelesen. Und das möchte ich jetzt auf jeden Fall in Zukunft tun. Also sie hat einige Gedichtbände rausgebracht. Der hier hat mir wieder genauso gut gefallen. Wie auch schon wieder Worte oder zumindest annähernd so gut. Und ich möchte unbedingt noch mehr von ihr lesen. Dieser Wow-Effekt, der mir bei Truckelpark gefehlt hat, den habe ich hier absolut wiedergefunden. Ich mag einfach, wie Ulla Hahn in einer klaren Sprache schreibt und mit Wörtern und Sprache spielt. Wie sie Wörter und Sätze durch Versenden unterbricht und dadurch neue Bedeutungen schafft. Ach, ihre Gedichte sind super, große, große Empfehlung. Und ich werde auf jeden Fall weiter Ausschau halten, ob ich noch mehr Gedichtbände von ihr finde. Hertha Müllers, die Blassen Herren mit den Mockertassen. Nur ein total verrücktes Buch, das ich tatsächlich jetzt auch schon gelesen habe. Sie dichtet hier mit Schnipseln aus Zeitungen und Zeitschriften, wo sie Buchstaben und Wörter ausschneidet und dann zusammenlegt und zusammenklebt. Ein bisschen wie man das manchmal aus so alten Krimi-Filmen kennt, wenn ein Entführer irgendwie eine Botschaft aus der Zeitung zusammenschneidet und daraus einen Drohbrief zusammenklebt. So ähnlich sieht es aus. Ja, viele der Gedichte hier waren witzig und total skurril. Viele entziehen sich meiner Meinung nach auch völlig der Interpretation. Ich hatte aber sehr viel Spaß damit. Und ich habe mir überlegt, ich würde euch gerne ein Gedicht aus der Leseprobe zeigen und vorlesen. Ein kurzes, geht ganz schnell. Aber man muss es, glaube ich, einfach mal gesehen haben, um Gefühl dafür zu kriegen, was einem in diesem Buch erwartet. Stand ich so am Sommerrand, kam ein aufgeräumter Mann, hatte kreideweiße Schuhe, dunkelblaue Hose an. Frag ich, kann ich mitfahren? Und mein Koffer war kariert. Pfiff der Mann ein Möwendied. Mensch, wie grün die Pappeln waren. Ich habe keinen Zugriff auf das Wasser. Und woher ein Schiff, sagt er, zupft an seiner blauen Hose. Und ich sage, macht ja nichts. Hauptsache, sie sind Matrose. Über das nächste Buch, nämlich Marcel Bayers Grafit, das ganz schön spiegelt hier, kann ich euch noch nicht so viel sagen, außer, dass ich in irgendeiner Gedichtssammlung von einem halben Jahr mal ein Gedicht von Marcel Bayer gelesen habe und mir damals aufgeschrieben habe, dass ich mehr von ihm lesen möchte. Und deswegen habe ich jetzt explizit nach ihm gesucht in der Bibliothek. Wenn ich nicht explizit nach diesem Namen gesucht hätte, wäre mir das Buch, glaube ich, nicht ins Auge gefallen, weil es mich persönlich jetzt nicht so anspricht, dieses völlig graue Cover und dann auch noch der Name Grafit. Aber ich kann, wie gesagt, noch nicht so viel dazu sagen. Ich bin auch hier darauf sehr gespannt. Sabine Schoh, Farben, ist ein anderes Buch, in das ich auch schon ein bisschen reingeguckt habe. Von dem, was ich bisher gelesen habe, glaube ich, ist es nicht so mein persönlicher Geschmack. Aber ein paar schöne Ideen sind schon hier drin. Sabine Schoh hat sich wohl von Farben inspirieren lassen, weil das Besondere an Farben ist. Sie sind, es ist physikalisch bewiesen, dass es Farben gibt. Und trotzdem entstehen Farben erst durch unsere persönliche Wahrnehmung. Das ist so eine schöne Zweideutigkeit, die Farben haben und womit sie irgendwie hier spielt. Was ich faszinierend finde an diesem Buch ist die Aufmachung. Denn hier sind immer wieder so Farben eingeklebt, finde ich es denn. Wie beispielsweise hier. Das ist also nicht eingedruckt, sondern geklebt. Oder es gibt auch im hinteren Teil so Bilder, die eingeklebt sind. Und ich frage mich, wie dieses Buch produziert wurde. Ob die Aufkleber irgendwie mitgeliefert werden. Und man muss die dann einkleben. Ob irgendeine Bibliothekarin aus der Bücherei da gesessen hat und mit dem Prittstift diese Bilder reingeklebt hat. Ich habe keine Ahnung. Jetzt habe ich ja eigentlich behauptet, bis zu den übersetzten Gedichten bin ich gar nicht erst gekommen. So ein bisschen gespingst habe ich aber schon. Und da ist mir von Ben Okri wild oder wild ins Auge gefallen. Es ist ein nigerianisch-britischer Autor. Und mich hat der Titel und das Cover angesprochen, weil ich einfach auch Natur mag. Und hoffe, es geht so ein bisschen auch um Natur und um die afrikanische Kultur. Was ich hier auch sehr schön finde, ist sowohl die englischen Originalgedichte als auch die deutsche Übersetzung ist abgedruckt. Und das erste Gedicht, was ich gelesen habe, ließ sich sehr ruhig und schön und angenehm lesen. Und wenn der Rest des Buchs sich genauso gut lesen lässt, dann bin ich absolut zufrieden. Jetzt kommen wir zu dem Buch, das ich mir gekauft habe, weil ich es unbedingt haben musste. Meine Stadtbibliothek hatte es leider nicht verfügbar. Nachdem ich mich ein bisschen mehr informiert habe, wurde mir auch klar, dass es absolut realitätsfern war, zu hoffen, dass meine Bibliothek es im Angebot haben könnte. Denn es war sehr schwer, an dieses Buch zu kommen. Die Rede ist von Leichter Schwindel von Sabina Naev. Ich weiß nicht genau, wie man sie ausspricht, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass mir dieses Buch gefallen wird. Denn es gibt auch von ihr einige Gedichte öffentlich im Internet und die entsprechen einfach genau dem, was ich mehr und mehr feststelle, ist mein Geschmack an Lyrik. Also ich stelle mehr und mehr fest, dass ich gerne kurze Gedichte mag, die mit wenigen Worten viel sagen. Und Gedichte, die mit Sprache spielen. Und all das tut sie und ihre Gedichte bringen mich zum Nachdenken und zum Schwunzeln. Deswegen wollte ich unbedingt mehr von ihr lesen. Letztendlich konnte ich dieses Buch übrigens nur bekommen, indem ich den Verlag direkt angeschrieben habe und danach gefragt habe, ob sie mir eins zuschicken können. Also das als Tipp, falls ihr neugierig werdet. Es ist der dritte Gedichtband von Sabina Naev. Die beiden ersten waren leider völlig vergriffen. Also die habe ich gar nicht kriegen können. Umso glücklicher bin ich, dass ich jetzt den hier habe. Er war, glaube ich, Donnerstag bei mir im Briefkasten. Und der einzige Grund, warum ich es noch nicht verschlungen habe, ist, dass ich die Vorfreude noch ein bisschen hinauszögern möchte. Und zu guter Letzt das Lyrik-Magazin Trimaran, das ich gestern erst auf einer Lesung erstanden habe. Es ist ein Lyrik-Magazin für Deutschland, Flandern und die Niederlande und es ist die allererste Ausgabe. Die zweite Ausgabe erscheint dann nächstes Jahr. Die Idee hinter diesem Heft war, einen literarischen Austausch zwischen Deutschland und die Niederlanden herzustellen. Und zwar wurden zwei Lyriker-Pärchen gebildet. Zum einen Erik Spineu, Niederländer, und Ulrich Koch, Deutscher. Und das andere Pärchen war Annelie David als Niederländerin und Esther Kinski als Deutsche. Und diese Pärchen haben, ja, sie haben nicht zusammen Gedichte geschrieben, sie haben schon jeder für sich in ihrer Muttersprache Gedichte geschrieben. Und dann sind sie aber darüber in Austausch getreten, haben sich getroffen und haben gegenseitig die Gedichte des oder der jeweils anderen in ihre Sprache übersetzt. Und in diesem Gedichtband sind sowohl die originalen deutsch- und niederländischen Gedichte als auch die deutsch-niederländischen Übersetzungen abgedruckt. Außerdem enthält das noch Kurzbiografien der Lyriker. Es enthält eine Dokumentation darüber, wie die Gedichte und die Übersetzungen entstanden sind. Also die beiden Herren haben es wohl mit Fotos dokumentiert, die hier im Mitteil drin sind. Von den Frauen ist eine Korrespondenz abgedruckt. Leider finde ich gerade die Fotos nicht, sonst hätte ich sie mal gezeigt. Doch, da sind sie. Das sind so Fotos hier drin. Es sind auch Buchempfehlungen drin. Es sind Essays drin über die Entwicklung der Lyrik-Szene in Flandern. Also wirklich sehr reichhaltig. Und ich denke, ich werde das hier von vorne bis hinten durchlesen wie ein Buch. Ich habe übrigens lustigerweise direkt hinten bei den Buchempfehlungen die Regenton-Variatsis von Jan Wagner gefunden. Also die Regenton-Variation, die ich euch gerade gezeigt habe in der niederländischen Übersetzung. Das sind alle Bücher bzw. Magazine, die ich euch vorstellen wollte. Und ich hoffe, es war etwas Spannendes dabei. Wie immer bedanke ich mich fürs Zuschauen. Und ich würde mich total freuen, wenn ihr mir sagt, ob ihr schon irgendwelche Lyriker oder Bücher, die ich hier vorgestellt habe, schon kennt. Und was ihr von ihnen haltet. Oder was eure Lyrik-Empfehlungen für mich sind. Denn ich bin immer noch dabei rauszufinden, was an Lyrik ich mag und was nicht. Und ich freue mich da total über eure Tipps. Also lasst sie mir gerne, gerne in den Kommentaren. Ansonsten verabschiede ich mich und wir sehen uns in meinem nächsten Video. Bis dann!